Unsere Nummer 54 Stella Luminosa Diese Fuchsstute, geboren im Jahr 2019, sie ist 1,70 m im Stockmaß gemessen. Sie stut ab von Stolzenberg, Chasseur 1, Argentan, aus der Zucht unter Besitz von Heinrich Ehlers aus Helmste. Mit Stella Luminosa betritt eine charmante Stolzenberg-Tochter aus der Vollschwester zum 1,40 m erfolgreichen Charlie unter Dennis Dirks die Ferdner Auktionsbühne, ein ideales Damen- und Junioren-Pferd. Aus der dritten Generation ihres Mutterstamms ist der 1,45 m erfolgreiche Colin von Canstacko unter dem Sattel von Theo Muff, ein Ferdner Auktionswert aus dem Jahr 2016, sowie die 1,40 m erfolgreichen Springpferde Primetime von Canstacko unter Ole Clintworth, Sansenai von Calido mit Bernd Schulze, aber auch Gletscher von Gloucester unter Joachim Heidenreich. Ladies and Gentlemen, lot number 54, Stella Luminosa. This chestnut mare is born in 2019. She is 16,3 m hands high. She is by Stolzenberg, Chasseur 1, Argentan. With Stella Luminosa, a charming Stolzenberg-Daughter, out of the full sister to the 1,40 m successful Charlie under Dennis Dirks enters the Ferdner Auktions stage. An ideal horse for ladies and juniors. 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 Bis zum nächsten Mal.